Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil, zum zweiten Abend unserer Livestream-Sendung unserer Serie Vom Schatten zum Licht auf den Seiten www.bibel-prophetie.ch und www.joelmedia.de. Unser Motto ist Prophetie mit Jesus sicher in die Zukunft. Ich möchte auch heute ganz besonders alle Zuschauer aus der Region Bern begrüßen. Grüezi mit Danone und auch alle anderen, die uns jetzt live zugeschaltet sind auf den genannten Internetseiten, auf YouTube, auf einigen anderen Kanälen, ganz egal wo ihr jetzt gerade seid, in der Schweiz, in Österreich oder auch in Deutschland. Herzlich willkommen, wir wollen heute uns wieder Zeit nehmen in dieser außergewöhnlichen Epoche, dieser Zeit unserer Weltgeschichte, um über das Allerwichtigste nachzudenken. Über die großen Fragen des Lebens, wie gestern schon erwähnt, soll uns das alle gemeinsam zum Nachdenken anregen. Wir wollen nicht einfach nur dogmatisch Lehrpunkte hören, sondern wir wollen uns gemeinsam individuell Fragen stellen, die unser tiefstes Inneres bewegen, in einer Zeit, in der wir immer orientierungsloser werden, in der wir immer weniger verständliche und verlässliche Antworten bekommen. Wir haben am gestrigen Abend die Gelegenheit gehabt, Fragen zu stellen und einige Fragen haben uns erreicht. Und wie versprochen, wollen wir die Fragen, die wir gestern Abend nicht mehr beantworten konnten, heute hier zu Beginn dieses Themas gemeinsam kurz ansprechen. Eine Frage ist gestellt worden, sind die Zeichen von solchen Kriegen, die Liebe der meisten und wird erkalten, sind diese Zeichen auf unsere Zeit gemünzt? Ist damit unsere Zeit gemeint? Die Frage bezieht sich natürlich auf das berühmte Kapitel Matthäus 24. Wir haben gestern auch davon gesprochen, Jesus hat ja vorhergesagt, dass es in der Zukunft, von ihm aus gesehen, diese Dinge geben wird. In Matthäus 24 heißt es, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Habt, ach, der schreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Vers 7, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben, ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen, dies alles ist der Anfang der Wehen. Jesus sagt also diese Dinge voraus, sagt aber gleichzeitig, dass sie nicht das eigentliche Ende sind, sondern eher so Meilensteine auf dem Weg, ja genau wohin. Ein Blick an den Anfang des Kapitels kann uns helfen, wo wir diese sogenannte Endzeitrede jesuzeitlich verorten können. Es wird dort gefragt in Vers 3, als er aber auf dem Ölberg saß. Das sind im Grunde genommen zwei Fragen. Die Fragen auf der einen Seite, wann wird der Tempel zerstört werden? Und auf der anderen Seite fragen sie, wann wird die Wiederkunft sein? Wir werden übrigens über das Thema der Wiederkunft noch ein ganzes eigenes Thema hier am Ende dieser Serie haben. Nächsten Samstagabend unbedingt dabei sein, nicht verpassen. Die Antwort, die Jesus jetzt gibt, ist im Wesentlichen ein Versuch, beide Themen miteinander zu kombinieren. Und das, was dann in den folgenden Versen auftaucht, sind Hinweise auf Dinge, die vor der Zerstörung Jerusalems passieren würden, als auch die Ereignisse, die auf die Wiederkunft hin zu zielen. Dabei ist es ganz wichtig, dass Jesus deutlich macht, dass diese Dinge, die hier in Vers 6 und 7 genannt werden, die Kriege, die Seuchen, nicht auf ein bestimmtes Jahr oder auf eine enge Zeitepoche beschränkt sind, sondern sie werden immer da sein, sagt Jesus. Er nennt sie Wehen, also Dinge, die immer mehr zunehmen werden. Denn das eigentliche Zeichen, an dem man erkennen kann, dass die Wiederkunft dann wirklich nahe ist, ist Vers 14. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Wir können also anhand der Zeichen sehen, dass wir uns dem Ende nähern. Aber Matthäus 24 ist nicht allein auf unsere Zeit gemeint, sondern hat seine Anwendung auch durch die Jahrhunderte hinweg. Die zweite Frage, die gestellt worden ist, was ist, wenn jemand geimpft wird, ist er dann verloren? Danke für diese gute und wichtige Frage. Ich glaube, es gibt einige Menschen heutzutage, gerade wo dieses Thema so heiß diskutiert wird, die vielleicht auch mit dieser Frage ringen und vielleicht sich nicht trauen, eine solche ernst gemeinte Frage zu stellen. Danke, dass wie auch immer du gewesen bist, der sie gestellt hast, dass du diese Frage gestellt hast. Die Antwort ist sehr schön und sehr einfach. Nein, ein Mensch, der geimpft wird, ist deswegen nicht verloren. Denn die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die einzige Bedingung, um verloren zu gehen, man könnte auch anders formulieren, denn die einzige Bedingung, an der sich entscheidet, ob ich ewiges Leben haben werde oder verloren werde, ist nicht eine äußerliche Sache, die vielleicht sogar zwangsweise an mir getan wird. Denn Impfung ist ja nicht immer eine Sache, für die man sich freiwillig entscheidet. Manche Kinder werden geimpft, ohne dass sie eine bewusste Entscheidung dafür fällen können. Die Frage der Erlösung hängt nicht an etwas Äußerlichem. Ganz egal, wie man zum Thema Impfung steht, und ich bin kein Experte, was das Thema Impfung betrifft, da verweise ich auf viele gute und sehr solide und ausgewogen recherchierte Themen, die man dazu finden kann. Aber dieses Thema, das Thema Impfung, hat mit der Frage der Erlösung nichts zu tun. Denn Erlösung basiert auf unserem Vertrauen darauf, dass Gott im Himmel, unser Vater, das Beste für uns möchte und so sehr geliebt hat, dass Jesus am Kreuz meine und deine Sünden getragen hat. Und das wird uns ewiges Leben geben. Wer das nicht haben möchte, wer sich lieber für den Tod als für das Leben entscheidet, der wird verloren gehen. Wir werden im Laufe dieser Serie noch einiges über dieses Thema sagen. Die letzte Frage, die gestellt worden ist, wo ist die Balance zwischen Erfüllen seiner Pflichten und alle seine Sorgen auf Gott werfen? Wir haben gestern darüber gesprochen, dass die Bibel uns einlädt, dass wir unsere Sorgen auch gerade jetzt in der Corona-Krise auf Gott werfen dürfen, dass wir sie abgeben dürfen. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Nun, was damit nicht gemeint ist, und das kann man in der Bibel von den ersten Seiten des Buches ansehen, dass wir einfach faul sind und nichts tun. Nein, Arbeit ist ein Teil sogar im Paradies gewesen. Etwas, was Gott den Menschen gegeben hat. Jemand hat mal formuliert, dass wenn Gott gedacht hätte, dass ein Mensch ohne Arbeit wirklich sein kann, dann hätte er keine Arbeit im Garten Eden gegeben. Nein, Arbeit ist ein Teil unseres Lebens, weil es gut für uns ist. Aber es kann natürlich sein, dass in der Arbeit, in den täglichen Pflichten uns Dinge belasten, weil andere Menschen schlecht zu uns sind, weil wir selbst unseren Zielen, die wir uns gesteckt haben, nicht hinterherkommen. Aus verschiedenen Gründen können wir belastet sein und wir dürfen das alles abgeben. Das heißt nicht, dass wir keine Schwierigkeiten mehr erleben werden. Es heißt vielmehr, dass wir diese Schwierigkeiten mit Jesus gemeinsam meistern dürfen. Als Jesus gesagt hat in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch ja quicken, hat er nicht gemeint, dass wir nie wieder irgendetwas tragen müssen. Nein, er sagt in Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und diese Verheißung, die gilt auch uns. In diesem Sinne danke ich für die Fragen, die gestellt worden sind und möchte ermutigen, auch heute wieder sich im Chat auf der Seite bibel-prophetie.ch zu beteiligen. Auf YouTube gibt es auch die Möglichkeit, im Chat dabei zu sein und Fragen zu stellen. Einige werden wir direkt im Anschluss an dieses Programm dann gemeinsam noch besprechen und andere dann morgen wieder beantworten. Und damit wollen wir jetzt gleich zu unserem heutigen Thema kommen, nämlich die erste Prophezeiung, als Jesus das Fundament für deine Zukunft legte. Bevor wir beginnen, möchten wir gerne mit einem Gebet starten. Lieber Vater im Himmel, was für ein Vorrecht ist es, dass wir heute gemeinsam wieder dein Wort aufschlagen können und von dir lernen können. Herr, ich möchte dich bitten von ganzem Herzen, dass du durch deinen heiligen Geist zu uns sprichst, dass wir deine Wahrheit so verstehen, wie du sie gemeint hast und dass wir dich ganz persönlich ein bisschen besser kennenlernen dürfen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Hast du, lieber Freund, liebe Freundin, eine Lieblingspflanze? Wenn ich Vorträge dieser Art halte und diese Frage stelle, dann bekomme ich verschiedene Antworten. Einige lieben die duftenden Rosen oder die Orchideen. Andere mögen Mangobäume oder Palmbäume, Bananenbäume, große und fruchttragende Bäume oder halt so kleine, schöne Blumen, die duften, die schön aussehen. Ich habe noch niemanden gefunden, jemals, der gesagt hat, dass seine Lieblingspflanze ein Dornstrauch in der Wüste ist. Trockene Dornsträuche sind so ziemlich das langweiligste und unspektakulärste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Also, wer hat jemals schon in der Wüste besondere Notiz von einem Dornstrauch genommen? Klein, hässlich, keine Früchte, keine besonderen Farben, trocken unter. So ging es wahrscheinlich auch jenem Hirten, der seine Herde dort durch die Wüste trieb. Es war heiß, es war trocken. Und was normalerweise dann immer wieder mal passiert ist, und das kennen wir heute auch aus den Zeitungen und aus den Nachrichtenberichten aus Kalifornien, wenn es trocken ist und das Holz trocken ist, dann fängt mal der ein oder andere Baum Feuer. Die Dornbüsche in der Wüste standen immer mal wieder gerne in Flammen. Und das hat unseren Hirten, der dort durch die Wüste ging, nicht besonders irritiert. Ich vermute, dass er die ersten Minuten, vielleicht sogar die ersten 20, 25 Minuten, vielleicht 30 Minuten, überhaupt nicht gemerkt hat, dass an diesem brennenden Dornbusch etwas anders gewesen ist. Wahrscheinlich erst nach einer ganz geraumen Zeit ist ihm so beim aus dem Seitenwinkel beobachten aufgefallen, dass so lange, wie dieser Dornbusch schon brennt, er eigentlich schon längst hätte verbrannt sein müssen. Aber er brannte immer noch. Vielleicht hat er noch ein bisschen gewartet und hat gedacht, vielleicht ist dieser Busch aus besonders feuerfestem Holz. Aber irgendwann brannte der immer noch. Und er brannte, und er brannte, und er brannte, und brannte, und brannte, und hörte nicht aufzubrennen, bis dieser Hirte mit Namen Mose sagte, also hier geht es nicht mit rechten Dingen zu, das muss ich mir mal genauer anschauen. Es heißt, und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzerrt. Merkwürdig. Sowas hat er noch nie erlebt. Er war schon seit 40 Jahren Hirte. Er kannte sich aus. Er hatte schon so manchen Dornbusch-Brennsehen, aber das hatte er noch nie erlebt. Was hat es damit auf sich? Er sagt hier in Vers 3, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Seine Neugier war geweckt und wahrscheinlich wäre es uns ganz ähnlich gegangen. Wir hätten wahrscheinlich uns auch gefragt, was ist da los? Und so geht er etwas näher und schaut sich diesen eigentlich so unspektakulären Dornbusch an, der brennt und brennt und brennt und brennt. Und während er näher kommt, wird es noch verrückter, eine Stimme spricht aus dem Busch und sagt, als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran. Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Mose stand mitten in der Wüste und ich habe guten Grund zu glauben, dass der Staub, auf dem er stand, mindestens genauso staubig war, wie der Staub 300 Meter weiter. Aber Gott war gegenwärtig und plötzlich war der Staub heiliges Land. Mose fragte sich, was das bedeuten sollte. Hat sich hier wirklich Gott ihm offenbart? Er hört diese Stimme, Mose, Mose. Und er will genau hinschauen, wer da ist. Und es heißt weiter, ich bin der Gott deines Vaters. Der Gott Abrams, der Gott Isaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Es war nur ein Dornstrauch, aber der Gott des Himmels, der Gott seiner Vorfäder, von denen er gehört hatte, die vor Jahrhunderten mit Gott Erfahrung gemacht hatten, der offenbarte sich mitten hier in der staubtrockenen Wüste, in einem brennenden Feuer. Und dann heißt es, der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Mose war im Exil. Er war aus Ägypten geflohen. Sein Volk war noch dort und sein Volk befand sich in der Sklaverei. Und hier erscheint Gott in einem Dornstrauch und sagt, ich weiß, wie es deinem Volk geht. Ich kenne ihre Schmerzen. Ich habe gesehen, was sie leiden. Ich höre ihr Geschrei. Lieber Freund, liebe Freundin, Gott offenbart sich im scheinbar Nebensächlichen. Er, der so bescheiden ist, wie wir gestern Abend schon gesehen haben, dass er nicht mit Ellenbogen ausfahren auf sich aufmerksam macht. Er offenbart sich dort, wo wir ihn meistens nicht vermuten würden, um zu sagen, dass er uns kennt und unsere Sorgen. Wenn wir unter der Last zu leiden haben, die das Leben auf uns gelegt hat, dann sagt er, ich sehe deine Probleme. wenn wir abends im Bett mit Tränen in den Augen in das Kissen beißen, damit man uns so schreien nicht hört, weil wir so verzweifelt sind und nicht weiter wissen, sagt er, ich höre dein Geschrei. wenn wir uns fragen, was die Zukunft bringt, dann sagt uns Gott, ich kenne dein Leben und ich kenne die Zukunft. Ich habe einen Plan für dich. Die Israeliten, wie gerade gesagt, waren damals in Ägypten und sie waren dort nicht, weil sie Touristen waren. Nein, sie waren Sklaven. Sklaven, die Lehmziegel herstellen mussten und das seit vielen Generationen. Und Gott benutzt diese Geschichte, von der wir im Laufe dieser Serie noch mehr hören werden, insbesondere in den nächsten Vorträgen, um diese Knechtschaft zu illustrieren, die wir gestern schon kennengelernt haben. Die Knechtschaft, die uns alle befallen hat, dieser Virus, den die Bibel Sünde nennt. Denn jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Gott weiß von diesem Virus. Wir haben gestern gesehen, dass Jesus, wenn er heute leben würde, nicht als oberste Priorität hätte, das Corona-Problem zu lösen, ganz egal, ob man es epidemiologisch oder politisch oder wirtschaftlich betrachtet. Jesus hatte schon damals in einer Zeit, in der die Menschen mit vielen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen hatten, ein sehr viel vordringliches Problem. Er wollte das Problem der Sünde lösen. Und so offenbart sich Gott hier in diesem brennenden Dornbusch und sagt, Gott kennt nicht nur unser Problem, er offenbart sich, gerade dort, wo wir ihn vielleicht nicht vermuten, mit dem ausdrücklichen Ziel, lieber Freund, liebe Freundin, dass er dir und mir helfen möchte. Nun, Mose hatte von Gott gehört und er wusste auch, dass seine Landsmänner eine Idee von ihm hatten. Seit Jahrhunderten wusste man, dass Gott früher den Erzvätern Abraham, Isaac und Jakob erschienen war und man hat wahrscheinlich so mündlich eine Geschichte nach der anderen weitergetragen. Vielleicht hat sich manches dadurch auch ein bisschen verfälscht und so hatten die Israeliten nur noch eine sehr vage Vorstellung, dass es da einen Gott geben könnte. Fast so wie die allermeisten Menschen heute, die vielleicht irgendwie noch kirchlich angehaucht sind, aufgewachsen sind, so eine Idee haben, dass es da ein höheres Wesen geben müsste, aber man kennt vielleicht noch alte Geschichten, aber die scheinen nicht mehr viel mit einem selbst zu tun zu haben. Und so fragt Mose, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Herr, euer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Und die Antwort ist spektakulär einfach und spektakulär interessant. Gott sprach zu Mose, ich bin der ich bin. Was für eine Antwort. Gott sagt, ich bin nicht nur ein Gott der Vergangenheit, nicht nur ein Gott der alten Geschichten, ich bin ein Gott, der ist. Ich bin ein Gott, der existiert und zwar jetzt, hier und heute. Gott möchte sich offenbaren. Er offenbart sich durch einen brennenden Dornbusch. Vielleicht offenbart er sich in deinem Leben durch ein Video, das du jetzt gerade schaust. Der Herr Livestream. Durch Verse, die du liest, von denen du gedacht hast, sie sind so ganz gewöhnlich, nichts Besonderes dabei. Aber Gott existiert und er möchte heute zu dir sprechen. Er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Wer ist dieser Gott? Wir haben vielleicht alle etwas von ihm gehört, aber wer ist er wirklich? Wir springen 1500 Jahre und kommen wieder in die Nähe eines Berges. Dieser brennende Dornbusch, der stand in der Nähe eines Berges, von dem wir im Laufe dieser Serie noch mehr hören werden, dem Berg Horeb. Aber jetzt springen wir zu dem Berg Hermon im Libanon. 1500 Jahre später, als Jesus auf dieser Welt wandelte, stellte er eine ganz interessante Frage. Er war mit seinen Jüngern unterwegs und sie nahmen gerade so eine Auszeit, haben so eine Art Retreat gemacht und Jesus stellte ihnen auf dem Weg ein paar Fragen, darunter folgende. Er fragte seine Jünger und sprach, für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Das wäre eine interessante Frage, auch heute zu stellen. Manche würden sagen, Jesus war ein Sozialrevolutionär, ein guter Mensch, ein Religionsstifter, vielleicht ein Prophet. Je nachdem, welche Weltanschauung man mitbringt. Auch damals waren die Meinungen geteilt und die Antworten fielen unterschiedlich aus. Matthäus 16 sagt, sie sprachen etliche für Johannes den Täufer, andere für Elia, noch andere für Jeremia. Jeder hatte da so seine Idee. Aber Jesus fragt dann seine engsten Jünger, den Kreis der Apostel, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Vielleicht hast du viele Ideen gehört, wer Jesus gewesen ist, wer er sein soll, was andere über ihn gesagt haben. Aber was wäre, wenn Jesus dir heute, der du jetzt zuschaust, diese Frage stellt, für wen hältst du mich? Du weißt, was alle anderen sagen, aber für wen hältst du mich? Diese Frage, für wen haltet ihr mich, gehört zu den wichtigsten Fragen, die wir überhaupt stellen können, wenn wir uns mit diesem Buch, der Bibel beschäftigen? Wir wollen diese Frage zum Ausgangspunkt nehmen für die kommenden Minuten, um uns noch einmal hinein zu vertiefen in etwas, was wir gestern angerissen haben und das wir heute ein ganzes Stück weit weiterentwickeln wollen und tiefer hineindenken wollen. Denn diese Frage, für wen haltet ihr mich? die spielte schon eine große Rolle ganz am Anfang, als zum ersten Mal dieser Virus der Sünde aufkam. Wir haben gestern davon gesprochen, von diesem Wesen, von diesem Engel Luzifer, der irgendwann anfing, ohne jeden Grund daran zu zweifeln, dass Gott immer das Beste für ihn wollte und diesen Virus in die Welt setzte sozusagen, der die Sünde begann und es kam zu einem großen Kampf, wie wir gesehen haben. Nun, wir wollen da ein bisschen genauer hineinschauen, warum es zu diesem großen Kampf gekommen ist. Was war der eigentliche Auslöser? Wir haben gestern schon ein bisschen gesprochen, aber heute wollen wir das ein bisschen vertiefen. Wie gesagt, schauen wir uns mal in den Vers in Offenbarung 12, Vers 7, den wir gestern angeführt haben, noch einmal genauer an. Es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften. Nun, hier müssen wir uns natürlich die Frage stellen, okay, wer sind diese beiden Antagonisten? Wer ist der Michael und wer ist der Drache? Bibelstudium funktioniert nicht so, dass man einfach sich etwas aus den Fingern saugt und dann denkt, das könnte ja so oder so gewesen sein. Nein, Bibelstudium funktioniert, indem man, das ist ganz wunderbar und deswegen kann das eigentlich jeder, der das machen möchte, selbst tun, indem man einfach biblische Verse miteinander vergleicht, die sich dann gegenseitig erklären. Und so vermeidet man, dass jeder so seine eigene Privatauslegung hat, sondern man bekommt zumindest mal eine Idee, was denn die biblischen Schreiber selbst gemeint haben. Das wäre ja das Fährste, was man tun kann, sie einfach mal selbst zu fragen, was habt ihr damit gemeint? Also mit dem Drachen hier ist nicht China gemeint, sondern in Offenbarung 12, Vers 9 heißt es, und der große Drache wurde niedergeworfen. Die alte Schlange, Achtung, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Das ist der, den wir gestern schon kennengelernt haben. Der Erfinder des Virus, der Luzifer am Anfang hieß Lichtträger und der sich in diesen Feind Gottes verwandelte, den Gott, obwohl er das hatte kommen sehen, zu seinem besten Freund gemacht hatte und ihn mit außergewöhnlicher Weisheit und Schönheit und Liebe ausgestattet hatte. Aber die Frage ist, wenn auf der einen Seite also dieser Luzifer, der zu Satan, zum Teufel wurde, steht, wer ist der Gegner des Satan? Wer ist dieser Michael, von dem in Offenbarung 12 die Rede ist? Schauen wir uns ein paar Bibelferse kurz an. In Judas 9 heißt es, der Erzengel Michael, dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte. Nun, Erzengel meint nicht ein Engel aus Erz, sondern wir kennen das vielleicht aus dem Begriff Erzbischof. Jemand, der über den Bischöfen steht, ist ein Erzbischof. Jemand, der über den Engeln steht, quasi so eine Art Befehlsgewalt über die Engel hat, so eine Art General vielleicht. Das ist der Erzengel. Michael ist also jemand, der über Engeln steht und Engel anführt. Weiter heißt es über diesen Erzengel in 1. Thessalonicher 4, Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Also wenn dieser Erzengel Michael spricht, wir werden das, wie gesagt, an anderer Stelle nochmal ausführlicher anschauen, was hier mit dieser Wiederkunft gemeint ist, dann sagt es hier, dass die Toten auferstehen werden. Und das ist eine Aussage, die Jesus selbst gemacht hat, etwas ähnlich formuliert. Und zwar in Johannes 5 und dort Vers 25. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören werden leben. Also halten wir fest, der Michael ist ein, oder der Erzengel, der Erzengel ruft mit seiner Stimme und die Toten stehen auf. Aber Jesus sagt, die Toten stehen auf, wenn der Sohn Gottes ruft. Heißt also, was wir gerade einfach durch simples Vergleichen von Bibeltexten herausgefunden haben, Michael ist ein anderer Name für den Sohn Gottes, der sich aber offensichtlich als Engel auch manifestiert hat, der die Engel anführt, ihnen vorangeht, als ein Erzengel. Und damit kommen wir der Sache noch ein bisschen näher. Denn der Luzifer kannte dort noch vor seinem Fall ein Wesen, das wir hier als Michael bezeichnet finden. Einer, der Anführer war über alle Engel und deswegen ihm sehr nahe war, denn Luzifer war ja der höchste aller Engel. Aber dieser Michael war noch mehr. Das deutet schon sein Name an, denn Michael heißt wörtlich aus dem Hebräischen, ist ein hebräischer Name, übersetzt, wer so ist wie Gott. Der eine, der so ist wie Gott. Das klingt nicht nur poetisch, ist auch unglaublich tief. Denn Johannes 1, Vers 1 sagt uns, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses Wort wird später in den folgenden Versen, in Vers 4 zum Beispiel, auch als eine Person dargestellt. Hier wird also von jemandem berichtet, der bei Gott war und gleichzeitig Gott gewesen ist. also eine zweite Person, die man Gott nennt. Heute haben wir nicht die Zeit, das ist auch nicht unser Thema, in alle Details dessen einzudringen, was die Bibel über die Gottheit sagt und auch über die dritte Person, den Heiligen Geist noch. Aber hier haben wir einen Hinweis darauf, dass unter Gott eben nicht nur eine Person verstanden wird in der Bibel, sondern hier sehen wir, wir würden vielleicht mit anderen Begriffen sagen, den Vater und den Sohn, die so eins sind, dass die Bibel von einem Gott spricht. Und dieser Sohn wird hier das Wort genannt. Er war bei Gott und ist Gott und er ist ein Wort. Nun, wenn wir uns jetzt live sehen könnten, zum Beispiel in Bern, dann würde ich die Frage stellen und wäre interessant zu wissen, welche Antwort ich bekommen würde, was ist eigentlich ein Wort? Manchmal sagen Leute, ein Wort ist eine Aneinanderreihung von Buchstaben, aber das stimmt nicht, denn wir alle wissen, wenn man sechsmal x und siebenmal y und ein bisschen r und z und v nebeneinander reiht, dann kann man das weder aussprechen, noch macht das irgendeinen Sinn. Worte sind eigentlich Gedanken, die man hört. Ausgesprochene Gedanken. Denn wenn ich aufhören würde zu reden, und das mache ich jetzt für einen kurzen Moment, um das zu illustrieren, und Achtung, es ist kein Tonausfall wie gestern, für den wir uns entschuldigen, dann merkt man, dass man, wenn man nichts hört, Gedanken nicht verstehen kann, oder? Solange ich nicht rede, kannst du, lieber Freund, lieber Freunde, nicht wissen, was ich denke. Die Worte sind wie ein Fenster, ein Fenster in mein Gehirn, sozusagen in meine Gedanken. Das Wort Gottes ist wie ein Fenster in das Denken Gottes, der Sohn Gottes. Offenbart wie Gott ist. Wir haben gestern schon gesehen, dass er auf die Erde kam, dass Jesus auf dieser Erde lebte, um zu zeigen, wie Gott ist, um Gottes Liebe und seine Güte zu demonstrieren. Da ist es nicht weit, sich zu überlegen, dass er wohl auch das den Engeln demonstriert hat, dass er den Engeln gezeigt hat, wie Gott ist und als Erzengel Michael, als quasi Engel, der aber ist wie Gott, der Gott ist, der sich herablässt zu den Engeln, um ihn zu zeigen, wie Gott ist, so eine Art Brücke bildet, eine Art Kommunikation. Jesus wusste sehr genau, wer er war. Einmal hat er mit einigen Obersten des Volkes eine Diskussion gehabt und dann sagt er ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, er Abraham war, bin ich. Das klingt auf den ersten Blick wie schlechte Grammatik, aber Jesus ist nicht ungebildet gewesen, auch wenn er keine Schulbildung im formalen Sinne besessen hat, Jesus wusste sehr genau, was er sagte. Eigentlich würden wir denken, dass man sagen müsste, ehe Abraham war, bin ich gewesen, plus quamperfekt, aber Jesus sagt hier, ehe Abraham war, bin ich. Und damit spielt er genau und vielleicht erinnert sich jemand noch daran, was aus dem brennenden Dornbusch eine Antwort kam auf die Frage von Mose, was ist dein Name? Da sagte Gott, ja, der Engel des Herrn, ich bin, der ich bin. Jesus hat hier an dieser Stelle in Johannes 8 im Wesentlichen eigentlich gesagt, ich bin der, der sich im brennenden Dornbusch Abraham, äh, Verzeihung, Mose offenbart hat, ich bin Gott. Nun, er stand vor ihnen als ein gewöhnlicher Mensch. Er hatte Hunger, er hatte Durst, er war müde, all das wie ein Mensch und trotzdem sagt er, dass er völlig Gott gleichzeitig gewesen ist. Die Menschen damals, viele, fanden das unfassbar, einige dachten, es wäre Blasphemie. Sein Aussehen jedenfalls schien nicht darauf hinzudeuten. Jesaja 53 Vers 3 sagt uns prophetisch, er hatte keine Gestalt und keine Pracht, wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Die Menschen sahen einfach einen Zimmermann, aber dahinter, hinter dieser einfachen, unstektakulären Erscheinung verbarg sich die geballte Kraft Gottes. Fast so oder im Wesen genau so wie bei diesem unscheinbaren Dornstrauch, den man gar nicht eigentlich wirklich wahrgenommen hätte, wenn er nicht die gesamte Zeit gebrannt hätte und gebrannt hätte und gebrannt hätte und gebrannt hätte und so viel kann ich jetzt schon verraten, wir werden das im Laufe der nächsten Sendung noch weiter entwickeln, damit etwas offenbart hat und gezeigt hat, illustriert hat, was wir gestern schon gesehen haben, dass Gott beständig die Liebe ist und sich für uns einsetzt und uns retten möchte. Interessanterweise, ich habe es gerade schon vorweggenommen, ohne dass wir den Vers schon direkt gelesen haben, sehen wir jetzt, dass genau an diesem brennenden Dornbusch sich Gott offenbart hat, aber die Bibel sagt noch genauer, da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch, wir können eigentlich sagen, es war genau dieser Michael, gegen den der Satan schon im Himmel gekämpft hat, der Luzifer, der zu Satan wurde. Er erscheint hier und sagt, ich bin und das offenbart uns, was eigentlich das Hauptproblem gewesen ist. Hier war Gott, der so bescheiden gewesen ist, der sich offenbart, der Sohn Gottes als Engel. so wie er sich in einem brennenden Dornbusch offenbart, so wie er sich später als Mensch offenbart, die Bescheidenheit Gottes kann missverstanden werden. So wie die Menschen, viele Menschen, Jesus zwar sahen, aber die Göttlichkeit in ihm nicht wahrhaben wollten, könnte es sein, dass genau das auch schon im Himmel eine gewisse Art und Weise passierte. In der Bibel haben wir Hinweise darauf, dass es Momente gab, wo eben nur die Gottheit selbst für sich Rat hielt. Der Rat des Friedens ist so ein Begriff, der in Zacharja 6 Vers 13 genannt wird. Und ja, Luzifer war der höchste Engel, er war der beste Freund Gottes, niemand konnte ihn so gut verstehen wie er, aber er war nicht Gott, er war nur ein geschaffenes Wesen, wie wir gestern gesehen haben. Der Michael, der als Engelsfürst über den Engeln stand und die Engel anleite und als Wort Gottes den Engeln sich offenbarte, der war nicht nur ein offensichtliches, ein scheinbares Engelwesen, nein, er war auch Gott selbst und offenbarte sich und hatte direkte, ungehinderte Gemeinschaft mit Gott dem Vater. Der Rat des Friedens. Und in diesem Rat des Friedens wurde unter anderem Folgendes beschlossen. Wir lesen in 1. Mose 1, Vers 26 von einem Plan, den Gott wohl schon längere Zeit gehabt hat, wenn wir verschiedene Bibelferse zusammennehmen, nämlich lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Hier spricht die Gottheit in sich, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, sie planen die Erschaffung des Menschen. Könnte es sein, dass der Luzifer die Herablassung Gottes missverstand, dass er in dem Engelsfürsten Michael eben nur einen Engel sah und nicht auch Gott. Und als dann der Engelsfürst Michael mit hinzugerufen wurde, mit planen durfte an der Erschaffung dieser Welt und des Menschen, dass sich Luzifer, der zu Satan wurde, hinten angestellt fühlte. Den Eindruck hatte, dass hier jemand bevorzugt wurde und wenn der Michael auch nur ein Engelsfürst ist und er ein Engel ist, warum kann er nicht auch mitmachen? So sind wohl seine Gedanken gewesen, dass er sich überlegt hat, wenn dieser Michael empor gehoben werden kann durch Gott den Vater und ich das theoretisch auch erleben könnte, aber ich es nicht bekomme, weil irgendwie Gott der Vater vielleicht den Michael mehr liebt hat als und und niederlassen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden ich will emporfahren auf Wolkenhöhen dem allerhöchsten mich gleich machen so wie Michael gegen den kämpft er die Frage für wen haltet ihr mich ist die entscheidende Frage denn Luzifer übersah die absolute Gottheit in Michael und so kam es zu diesem Kampf von dem wir gestern schon gesehen haben und gesprochen haben interessant ist wie die Bibel zeigt wie das Ganze dann weiter ging denn Gott schuf tatsächlich diese Erde interessant ist dass die Bibel uns sagt dass einer von den dreien der Gottheit eine besondere Rolle dabei spielte nämlich all das auszuführen quasi als ob er zeigen sollte dass er tatsächlich Gott ist denn durch dieses Wort heißt es ist dasselbe entstanden alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden was entstanden ist die Bibel sagt an vielen Stellen dass es explizit der Sohn Gottes war der der später als Jesus auf die Welt kam der diese Welt geschaffen hat der sprach es werde Licht und es wurde Licht der zeigte dass er durch sein eigenes Wort die Kraft hatte etwas aus dem Nichts heraus zu erschaffen die Erde war wüst leer und finster und als der Sohn Gottes sprach es werde Licht da traf das Wort Gottes denn das war er ja auf die Realität und wenn das Wort Gottes auf die Realität trifft dann zieht die Realität den kürzeren nicht so mit meinen Worten wenn ich etwas sage und die Realität stimmt mit dem nicht überein wenn ich versuche die Realität durch meine Worte zu verändern dann sind meine Worte immer im Hintertreffen nicht so mit Gott wenn er spricht es werde Licht und es ist dunkel finster und chaotisch egal ob auf der Welt oder in unserem Herzen wenn wir Gottes Wort hineinlassen dann spricht er Licht und es wird Licht und das Interessante ist was dann steht das überliest man vielleicht und Gott sah dass das Licht gut war da schied Gott das Licht von der Finsternis musste Gott nochmal extra hinschauen ob das Licht gut gewesen ist müssen wir uns vorstellen dass Gott sich unsicher war und nochmal gecheckt hat ob alles funktioniert hat wohl nicht was passiert wenn ich plötzlich anfange auf diesen Globus hier zu schauen nun ist ganz einfach alle von euch haben auch auf den Globus geschaut in dem Moment wo man konzentriert auf etwas hinschaut und dann führt man andere dazu auch dorthin zu schauen als Gott auf das Licht schaute wollte er dem gesamten Universum zeigen schaut mal was ich hier tue ist gut warum schauen wir uns das ein bisschen genauer an am zweiten Tag schuf Gott den Himmel und am dritten Tag dann das Trockene und das Wasser und schuf die Vegetation und die Pflanzen und die Bäume die Früchte tragen und dahinter verbarg sich folgendes Prinzip das Jesus einmal selbst in der berühmten Bergpredigt angesprochen hat so bringt jeder gute Baum gute Früchte der schlechte Baum erbringt schlechte Früchte darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen das Prinzip ist ganz einfach hat ein Baum gute Früchte weiß ich er ist ein guter Baum hat ein Baum schlechte Früchte weiß ich er ist ein schlechter Baum auch wenn ich nicht in den Baum hineinschauen kann kann ich an den Früchten erkennen wie der Baum ist kein Engel kein Wesen irgendwo im Universum konnte genau wissen wie Gott ist indem man in ihn hineinschaut man konnte Gott nicht unter das Mikroskop legen man konnte ihn nicht sezieren analysieren aber es gab eine Methode mit der man erkennen kann ob jemand gut ist oder schlecht und das sind seine Früchte und während der Schöpfung zeigt Gott nachdem diesen Kampf im Himmel durch diese Erfindung der Rebellion und dieses Virus der Sünde der ganze Himmel sich die Frage stellt ist Gott wirklich der Gute den er vorgibt zu sein ist der wirklich der Beste ist wirklich seine Regierung so dass man sie nicht noch verbessern könnte da hätte Gott einfach sagen können es ist so glaubt mir einfach und es wäre wahr gewesen aber Gott geht die extra meile Gott illustriert wie er ist Gott kommt auf die Ebene seiner Geschöpfe und zeigt ihnen greifbar dass das was er über sich sagt real ist an jedem einzelnen Tag konnte man sehen was Gott schuf war gut es 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 war sehr gut die Schlussfolgerung wenn wir diesen Vers hier Matthäus 7 zugrunde legen ist in Anführungsstrichen Gott ist ein guter Baum er ist gut jeder einzelne Tag zeigte dass die die Erschaffung von Sonne Mond und Sterne am vierten Tag die Erschaffung der Fische und der Vögel am fünften Tag der Landtiere am sechsten Tag und dann kam es zu einem ganz besonderen Moment jeder der vielleicht auch unterrichtet der Lehrer ist weiß es gibt so diesen Moment wo man vielleicht mit Worten nicht mehr weiterkommt wo man etwas erklären möchte und die Klasse checkt es einfach nicht sie begreift es nicht und ein guter Lehrer der gibt dann nicht einfach auf sondern er wendet sich zur Tafel und beginnt an der Tafel etwas anzumalen ein Tafelbild zu malen etwas zu veranschaulichen und mindestens einige werden dann in der Klasse sagen ah jetzt haben es wie gerade gesagt Gottes Regierung die Frage ob er wirklich gut ist ob er wirklich andere zuerst setzt statt an sich selbst zu denken das war angegriffen worden das war angezweifelt worden das war bezweifelt worden jetzt wollte Gott quasi im gesamten Universum eine Illustration geben ein Bild er sagt hier von Gott sprach lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich der Plan den er schon ganz am Anfang gehabt hatte selbst als es noch keine Sünde gab den verfolgt er weiter und das zeigt uns etwas an Gott wenn Gott sich etwas vorgenommen hat dann macht er es egal wie viel Umstände und Schwierigkeiten und Angriffe durch den Satan oder wen auch immer dazwischen schießen Gott gibt seine Pläne nicht auf er macht immer weiter und er kommt ans Ziel und wenn wir uns ihm anvertrauen dann kommt er auch in unserem Leben ans Ziel lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich die sollen herrschen über die Fische im Meer und die Vögel des Himmels über das Vieh und die ganze Erde auch über alles Gewürm das auf der Erde kriecht und Gott schuf den Menschen in seinem Bild im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie dieses Bild sollte zeigen wie Gott ist die Engel und das Universum sollte sehen wenn sie Adam und Eva beobachten wie sie mit den Tieren umgingen so ist Gott für uns der Mensch sollte eigentlich repräsentieren wie Gott ist und dieses Bild malte Gott Achtung in den Staub den unspektakulärsten und unscheinbarsten Werkstoff den man sich vorstellen konnte die Bibel berichtet uns dass es damals auch Gold und alles mögliche gab auf der Erde aber nahm sich Staub um in den Staub das Bild Gottes hinein zu zeichnen der Mensch wurde aus dem Staub gemacht er wurde mit Licht umhüllt denn das sagt die Bibel im Psalm 104 über Gott der sich in Licht gehüllt wie ein Gewand der Mensch wurde ihm ähnlich gemacht ein Bild Gottes mitten in den Staub das dem gesamten Universum zeigen sollte dass Gott mächtig ist denn er hatte ihn gemacht dass der Sohn Gottes mächtig ist aber dass der Sohn Gottes auch demütig ist und sehe ich in diesem Menschen hier offenbart kein Wunder dass der Satan etwas gegen dieses Bild Gottes hatte denn dieses Bild zeigte dass genau das was er eigentlich zu verhindern oder was er im Universum angezweifelt hatte er wollte eben nicht dass das ganze Universum versteht dass Gott wirklich gut ist und so kam es für ihn darauf an dieses Bild zu zerstören du und ich sind eigentlich geschaffen worden um vor dem gesamten Universum zu zeigen wie Gott wirklich ist der Satan hat es geschafft seit den Tagen unserer allerersten Vater und unserer Mutter dieses Bild nachhaltig zu beschädigen wir lesen und wir schauen nicht alle Verse an aber wir lesen 1. Mose 3 Vers 1 die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes die Gott der Herr gemacht hat und sie sprach zu der Frau sollte Gott wirklich gesagt von keinem Baum im Garten essen dürft der Satan fing an Zweifel zu sehen so wie er an dem Charakter Gottes Zweifel gesät hatte und wie er auch die Gottheit des Michaels in Zweifel gezogen hatte so zweifelt er hier an dem Wort Gottes obwohl alles bis dahin zeigte dass wenn Gott etwas sagt es auch geschieht später hat er sogar dem Wort direkt widersprochen da sprach die Schlange zu der Frau keineswegs werdet ihr sterben und dann kam der entscheidende Punkt sondern Gott weiß an dem Tag da ihr davon esst werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen was gut und böse ist hier sehen wir genau diesen Virus wie er jetzt ansteckend wirkt wie die Menschheit vom Satan infiziert wird denn was sagt der Satan hier mit anderen Worten er sagt da gibt es etwas Gutes was ihr haben könntet und Gott weiß es auch denn Gott weiß sagt er dass wenn ihr davon esst werden euch die Augen geöffnet und werdet sein wie Gott ihr seid ja noch blind sind aber aber du scheinst es nicht zu wissen wenn Gott das weiß dass es gut für dich ist und du es nicht weißt dann kann es nur eine Schlussfolgerung geben nämlich dass Gott nicht das Beste für dich will das war das Gift das war der Virus und damit begann das ganze Leid es war zwar nur ein Apfel aber der Biss in diesen Apfel infizierte die Menschheit wie wir gestern gesehen haben hat sich dieser Virus exponentiell verbreitet durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt weil sie alle gesündigt haben und hatte von dem ersten Tag an dramatische Konsequenzen denn die Bibel sagt eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch dass er nicht hört und Trennung von Gott ist das Schlimmste was uns passieren kann denn Gott ist die Quelle alles Lebens er hat uns geschaffen wenn wir von Gott getrennt sind bedeutet das eigentlich dass wir tot sind aber vielleicht fragst du dich ja wir leben aber noch nun obwohl die Sünde uns von Gott trennt trennt sie uns nicht von den Gefühlen und den Plänen die Gott für uns hat sie kann uns verändern sodass wir uns von Gott abwenden nichts mehr von ihm wissen wollen ihn in Zweifel ziehen ihn attackieren ihn ignorieren aber sie kann nicht verhindern dass derselbe Gott immer noch derselbe bleibt denn Gott ist die Liebe und er ist es immer die Liebe sagt die Liebe hört niemals auf ganz egal wie viel gegen Gott gesündigt er hört wir kennen Liebe die irgendwann sich verflüchtigt wir wissen wie es ist verliebt zu sein und dann hört vielleicht die Liebe wieder auf und wir spüren gar nichts mehr aber Liebe ist für Gott nicht nur ein Impuls eine Emotion die man hochkocht Liebe ist für Gott ein Prinzip das der Maßstab für all sein Handeln und Tun ist er liebte auch in Sünde gefallene Menschen er liebt auch heute noch in Sünde gefallene Menschen und der Rat des Friedens tagte wieder der Rat des Friedens der in den Menschen zeigen wollte wie Gott ist gab nicht auf als der Satan dieses Bild zerkratzte niemand hat Gott hier gesehen sagt die Bibel zwar waren wir getrennt von Gott dem Vater er konnte nicht mehr direkt zu uns sprechen aber der eingeborene Sohn das Wort Gottes der sich schon den Engeln gezeigt hatte der im Schoß des Vaters ist der hat Aufschluss über ihn gegeben und er kam noch am selben Tag lieber Freund liebe Freundin wenn du einen Fehler machst wenn du sündigst wenn du gegen Gott rebellierst wenn du so richtig mit dem Gesicht auf der Nase auf kommst dann wirst du dass Gott noch in dem Moment für dich da ist und seine Hand ausstrengt Gott zieht sich nicht erst lange zur Beratung zurück und wartet fünf Monate oder drei Jahre er ist noch am selben Tag da als die Sünde in die Welt kam stand das Gegenmittel schon fest Gott der Herr und hier ist jetzt der Sohn Gottes der Michael der den Menschen rief und sprach wo bist du lieber Freund liebe Freundin diese Frage stellt Gott dir heute und damit meint er nicht dass du jetzt gerade vor einem Livestream sitzt vor einem Bildschirm sondern wo befindest du dich in deinem Leben wo befindest du dich in den Fragen von Moral und Wahrheit wo stehst du in den großen Fragen dieses Lebens wenn es um den Sinn des Lebens geht wenn es um Gott geht wo bist du nicht weil Gott nicht weiß wo du bist sondern damit wir nachdenken anfangen nachzudenken wo den Lieblings Abschnitten gehört und er antwortete ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich das ist der Adam der sich jetzt versteckt denn ich bin nackt darum habe ich mich verborgen da sprach er wer hat dir gesagt dass du nackt bist der Sohn Gottes kommt und derselbe Adam der vorher immer sich auf Gott gefreut hatte der versteckt sich vor hat Angst vor ihm Sünde verändert unsere Wahrnehmung von Gott dass wir mit Gott so wenig zu tun haben wollen liegt nicht an Gott sondern liegt an uns an der Sünde und er versteckt sich vor Gott und steht da hinter einem Busch oder einem Baum und der Gottes Universum der durch alle Bäume durchschauen kann der redet mit ihm und lässt ihm den Abstand und fragt wo bist du er sagt ich bin nackt du kannst mich nicht anschauen ich bin nackt und er stellt die Frage wer hat dir gesagt dass du nackt bist ich habe lange viele Jahre über den Satz nachgedacht ich habe nie verstanden bis mir irgendwann bewusst geworden ist wenn man wirklich nackt ist dann muss einem das nicht gesagt werden oder ich meine jeder von uns schon nackt wenn man nackt ist weiß man das unter welchen umständen ist man nackt aber man weiß es nicht so dass es einem jemand erst sagen müsste dass man nackt ist die bibel sagt ja in 1. mose 2 dass adam und eva nackt waren wie wir gerade gesehen haben sie waren im bilde gottes geschaffen sie trugen ein kleid aus licht so wie gott und wenn man nackt ist aber licht einen umkleidet dann dann müsste jemand schon kommen und sagen der das weiß hey hinter dem licht bist du eigentlich nackt und als gott diese frage stellt als adam sagt ich bin nackt behandelt ihn gott so als hätte er noch gar nicht gesündigt als wäre er noch von licht umgeben und wer hat dir gesagt dass du hinter deinem licht kleid nackt bist und bis dann fragt ihn gott hast du hast du etwa von dem baum gegessen von dem ich dir geboten habe du sollst dich davon essen nun wir haben gestern gesehen gott weiß alles er weiß sogar im vorhinein und trotzdem behandelt er den Menschen so als hätte er nicht gesündigt er hat den Luzifer von dem er wusste dass er einmal der Erzfeind sein besten Freund gemacht das ist die Liebe die Gott zu uns hat glaubst du dass er dich nicht so behandeln würde wenn er sogar seinen späteren Erzfeind seinem besten Freund machen wollte wenn er den Adam so behandelt hier als hätte er gar nicht gesündigt und ihn fragt glaub mir er wird auch freundlich und nett zu dir sein und dann kam die Antwort da antwortete der mensch die frau die du mir zur seite gegeben hast die gab mir von dem baum und ich aß hier war die gelegenheit zu zeigen dass der mensch bereitwillig ist auf Gott zurück zu gehen aber was er sagt ist du hast mir etwas gegeben und es war nicht das Beste siehst du liebe Freunde befreunden den Virus du hast mir eine Frau gegeben aber man hätte mir eine bessere Frau geben sollen die hat mir was du für mich getan das war nicht das Beste Adam war infiziert er musste gerettet werden und so spricht dann Gott zu der Eva und schließlich zu der Schlange und sagt folgendes zu ihr zu der Schlange zu Satan ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau zwischen deinem Samen und ihrem Samen er wird dir den Kopf zertreten der Kampf der im Himmel zwischen Michael und dem Satan angefangen hatte der würde weitergehen wir haben gesehen dieser Kampf bestand ja nicht aus einem Kampf von Laserschwertern wie bei Star Wars dieser Kampf bestand aus Ideen die Idee Gottes ist seine Bescheidenheit seine Liebe die immer zuerst an den anderen denkt Satans Idee ist die Gott ist nicht so gut und deswegen muss Anspruch nehmen und hier sagt der Sohn Gottes du hast zwar die Menschheit infiziert mit diesem Egoismus aber ich werde nicht kampflos aufgeben ich werde sie zurück erobern ich werde Feindschaft setzen eine Kriegserklärung im Hebräischen ist das Wort Feindschaft das allererste Wort Feindschaft will ich setzen zwischen dir und der Frau zwischen deinem Samen und ihrem Samen und er wird dir den Kopf zertreten nun besiegen aber er sagt wie wir hier sehen es wird ein Same der Frau sein hier kündigt der Sohn Gottes Gott selbst Michael an dass er sich nicht nur als Engel offenbaren würde er würde Mensch werden er würde sich identifizieren mit dieser vom Virus befallenen Menschheit die Folgen der Sünde waren sofort sichtbar Dornen und Disteln wuchsen jetzt überall als Symbol für die Sünde die so pieksig ist wie eine Dorne so ein Blatt das sich nicht entfalten kann das egoistisch ist das andere verletzt jede unserer Sünde ist eigentlich so wie ein Dorn aber Gott gab ihnen Hoffnung er hatte Adam und Eva deutlich gemacht ihr werdet nicht von mir verlassen werden und sie die ihr Lichtkleid verloren hatten sollten ein neues aus Fell wenn das Lichtkleid ein Bild Gottes war dann war auch dieses Kleid ein Appel dessen was Gott eigentlich ausmacht aber wir sind alle wahrscheinlich gebildet genug in Botanik dass wir wissen es gibt keinen Baum und keine Pflanze an der Fell wächst dieses Fell kam durch ein getötetes Tier jemand würde sterben um den Satan zu besiegen jemand würde sterben um die Menschheit zu erlösen jemand würde den Satan der den Egoismus eingebracht hatte besiegen durch die Demonstration dass Gott echte Liebe ist 4000 Jahre lang haben die Propheten davon gesprochen morgen Abend werden wir sehr viel darüber sprechen was in den alttestamentlichen Schriften über diesen kommenden vorhergesagt worden ist sehr spannend werden aber dann nach 4000 Jahren sprach eine Stimme im Himmel ziehe ich komme in der Buchrolle im alten Testament steht von mir geschrieben und die Bibel sagt uns und das Wort das bei Gott war und Gott war dieses Wort wurde ein Embryo es wurde Fleisch der Gott des Universums macht sich abhängig von der Nabelschnur einer einfachen Frau kann man sich etwas demütigeres und simpleres vorstellen etwas dass es unscheinbarer ist als ein Zellhaufen im Bauch einer Frau Gott zeigt wie weit er bereit ist sich hinab zu lassen um uns dort abzuholen wo wir sind das Wort wurde Fleisch und Johannes und seine Mitstreiter die Jünger Jesu haben es gesehen wir haben seine Herrlichkeit gesehen wir haben gesehen dass er wirklich Gottes Sohn ist ja er war verachtet und wir achteten ihn nicht sagt es Jesaja die meisten Menschen die sahen nur den Menschen aber sie sahen nicht die Gottheit sie sahen nur den brennenden Dornbusch aber sie sahen nicht das Besondere seiner Liebe Jesus war nicht gekommen um mit Ellenbogen auf sich aufmerksam zu machen um sich als der den großen Helden zu präsentieren nein er kam um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele gestern haben wir schon über seine Begegnung mit Pontius Pilatus gesprochen über diese berühmten Worte als er sagte ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe jeder der aus der Wahrheit ist hört meine Stimme liebe Freunde dass Jesus Gott ist und auf diese Welt gekommen ist um dich zu retten vor den Folgen dieser Sünde das wirst du verstehen und kannst du verstehen wenn du die Wahrheit von ganzem Herzen suchst diese allererste Prophezeiung diese allererste Zusage dieses erste Versprechen dass Gott im Garten Eden gibt die Schlange wird besiegt das Virus wird ausgerottet jemand kommt der Same der Frau um dem Satan den Kopf zu zertreten diese erste Prophetie in der Bibel gleich auf den ersten Seiten ist die Grundlage für alles was in der Bibel sonst steht die Grundlage aller anderen Prophetie denn hier zeigt sich nicht nur eine Ankündigung dass Jesus kommen würde hier zeigt sich das Wesen Gottes selbst der gegen den Satan Krieg führt um uns zu retten indem er zeigt wie er wirklich ist indem er sich erniedrigt denn der Satan hat ja behauptet dass Gott sich selbst erhöht und dass Gott parteiisch ist und manche mehr liebt als andere und nicht immer das Beste für uns will indem Gott sich erniedrigt Mensch zeigt er wie er wirklich ist und und attackiert die Lügen Satans indem er die Wahrheit offenlegt Jesus ist von Pontius Pilatus weggeführt worden die Römer die das ganze Volk tyrannisierten haben ihn der von allen Menschen Judäa der aller gehorsamste und aller fröhlichste und freundlichste und netteste Mensch überhaupt sündlos sagte die Bibel schlimm behandelt aber Jesus tat seinen Mund nicht auf und als sie ihn verspotten wollten haben sie ihm eine Corona gemacht eine Krone eine Krone aus Dornen das sollte nur Spott sein aber in Wirklichkeit verbarg sich dahinter eine tiefe tiefe Wahrheit denn die Dornen wie wir gesehen haben sind Folgen und Symbole der Sünde die Dornen stehen für meine schlechten Worte und Tat mit denen ich andere verletzt habe vielleicht ist dir es auch schon so gegangen nein nicht vielleicht ganz sicher ist es dir so gegangen und hier haben wir jemand der diese Sünden diese Übertretung diese Schlechtigkeit auf sich selbst genommen sich damit identifiziert hat Gesaja 53 sagt doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt wegen unserer Missetaten zerschlagen die Strafe lag auf ihm damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden ich weiß nicht welche Vorstellung du von einem König hast die Menschen damals zur Zeit von Jesus hofften auf einen König der König schlecht und verdorben und abgefallen wie du bist ich will dein König sein denn ich hab dich lieb so wie du bist ich identifiziere dich mich mit dir es heißt hier wir alle gingen die Irre wie Schafe jeder wandte sich auf seinen Weg aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn er wurde misshandelt aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf er hat sich ans Kreuz nageln lassen um deine Schuld und deine Sünde zu nehmen um zu zeigen wie Gott wirklich ist in diesem großen Kampf denn ihr sollt so gesinnt sein wie es Christus Jesus auch war der in der Gestalt Gottes war es nicht wie einen Raub fest Gott gleich zu sein sondern der entäußerte sich selbst nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen bis zum Tod am Kreuz das exakte das genaue Gegenteil von dem was der Lucifer im Himmel gesagt hat nämlich ich 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 hinauf 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 das Virus der Sünde sagt ich will mich selbst erhöhen das Gegenmittel Gottes die Wahrheit sagt ich bin für andere da ich verzichte auf mein Recht diese beiden Prinzipien sind im Kampf miteinander am Kreuz von Golgatha zeigt sich dass die Liebe siegt am Kreuz von Golgatha zeigt sich dass Satans Behauptungen über Gott falsch sind und dass wir alle in unserem Denken über Gott blinde Flecken haben aber am Kreuz sehen wir wie er wirklich ist wer ist der beste Chef auf Arbeit ist es nicht der der die Fehler die seine Angestellten machen auf sich selbst nimmt der sich vor seine Mitarbeiter stellt und nicht nach unten weiter tritt ein Chef der Selbstverantwortung übernimmt obwohl er selbst keinen Fehler gemacht hat weil jemand anderes aus dem Team versagt hat das ist der Chef dem man vertraut das ist der Chef den man haben möchte Gott ist so ein Chef er hat nicht nur für ein paar Fehler und Vergehen die vielleicht auf Arbeit passiert sind er für alle Sünden dieser Welt die Verantwortung auf sich genommen mehr kann man nicht machen einen besseren Gott kann es nicht geben Jesus hat gesiegt am Kreuz Jesus war aber nicht nur Mensch und damit schließen wir heute mit diesen letzten kleinen Gedanken der zwei drei Bibelfersen denn Jesus sagt darum liebt mich der Mensch der Vater weil ich mein Leben lasse damit ich es wieder nehme niemand nimmt es von mir sondern ich lasse es von mir aus ich habe vollmacht es zu lassen und habe vollmacht es wieder zu nehmen denn Jesus war ja nicht nur Mensch er war auch Gott so wie Michael immer Gott gewesen ist so wie in dem brennenden Dornbusch Gott sich offenbarte offenbarte sich Gott in Jesus und zeigte am Kreuz wie er war zeigte seinen Charakter aber zeigte am dritten Tag danach seine Vollmacht denn Jesus sagt ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes so als er als er als Mensch buchstäblich hundertprozentig tot war von innen heraus aus dem Grab aufgeschlossen hat weil er Gott war als ob die Gottheit lebendig inmitten des Toten Jesus den Tod besiegt und von innen aufschließt das Grab ist leer Jesus hat den Tod besiegt auf Golgatha hat sich gezeigt dass Gott die Liebe ist und er bereit ist sich bis in den äußersten Abgrund zu erniedrigen aber am dritten Tag danach hat sich gezeigt dass derselbe Jesus auch Gott ist und dass er die absolute Vollmacht hat deswegen sagt die Bibel dass er Jesus erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten deswegen ist er über alle Maßen erhöht und er hat einen Namen der über alle Namen ist und alle Zungen werden bekennen das heißt damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters Liebe Freund liebe Freundin Jesus ist mehr als wir denken diese Frage die am Anfang aufgegriffen haben für wen haltet ihr mich diese Frage ist eine wichtige Frage wenn wir heute diesen Abend gleich beschließen werden möchte ich euch einladen ein Buch euch zu nehmen zu bestellen anzufordern das wie kein anderes diesen großen Kampf diese Prinzipien illustriert auch durch die Geschichte hindurch es ist das Buch vom Schatten zum Licht das in gewisser Weise auch dieser Serie seinen Titel gegeben hat ihr könnt auf der Seite www.bibel-prophetie.ch dieses Buch anfordern dieses Buch zeigt in einer besonderen Art und Weise diesen großen Kampf heute Abend bevor wir gleich zu den Fragen kommen möchte ich mit dieser Frage an dich lieber Freund liebe Freundin schließen wer ist Jesus für dich möchtest du ihn besser kennenlernen möchtest du aus seinem Wort leben möchtest du auch wenn vielleicht vieles auf den ersten Blick unscheinbar erscheint dich mit diesem Buch mehr beschäftigen weil du siehst dass gerade in dem was scheinbar so unscheinbar ist sich die Herrlichkeit Gottes offenbart lasst uns gemeinsam beten zum Abschluss lieber Vater im Himmel wir möchten dir von Herzen Dank sagen dass du uns in deinem Wort offenbarst wie du wirklich bist und dass Jesus schon vor vielen Jahrtausenden das Fundament für unsere Zukunft gelegt hat als er noch am selben Tag als der Virus der Sünde unsere Welt infizierte versprochen hat dass er diesen Virus besiegen wird auch in dieser Menschheit auf dieser Welt indem er kreuz kreuz zeigen wird wie du bist her wir möchten jesus besser kennenlernen offenbare uns wie er wirklich ist das bitten wir in seinem namen amen amen